Guten Tag, Freunde! Wer ist eigentlich von euch aus Leipzig? Kurzes Anzeichen! Für mich die entscheidende Frage, wer wäre gerne aus Leipzig? Wir! Es sind auch ein paar! Es wird immer enger, es wird immer enger! Gucken wir mal, Leute, nach Leipzig! Wer ist mit der S-Bahn angereist? Hier läuft noch Platz! Das finde ich Wahnsinn, das finde ich Wahnsinn! Meinst du die U-Bahn? S-U-Bahn, naja, wir haben gut! Damals habe ich es nicht begriffen, als es hieß, wir bauen eine U-Bahn mit drei Stationen, habe ich gedacht, besonders. Aber jetzt doch, jetzt erschließt es! Weil Konrad kommt immer damit, und seitdem macht es zu uns auch Sinn! Wo wir gerade bei Sinn sind, wir haben es vorhin schon gehört, wir fahren dieses Jahr Geburtstag, darüber will ich gar nicht so viel sagen, aber wir spielen die ganze Zeit schon Rock'n'Roll! Seit es uns gibt, und deswegen wollen wir euch natürlich auch den Song nicht vorenthalten, mit dem alles losging, 1954 in New York im Studio eingespielt! Dieser Song öffnete weltweit die Erfolgstüren für den Rock'n'Roll! Bill Haley and his comments rock around the block!